Ja, auf und faire Weise. Was ist auf und faire Weise? Das ist ein... Die verstecken sich! Legitimes... Okay, Deathmatch. Siehst du? Du Idiote standst auch mitten in der Pampa. Ich bin gerade aus meinem Haus gekommen. Ich gehe so aus meinem Haus. Ahne, nichts Böses. Und was ist, wird gleich niedergeschossen. Das wäre so, als würdest du aus deiner Haustür morgens gehen und niedergeknüppelt werden von irgendwelchen. Ja, werde ich doch auch. Ich höre um mir schreiende Russen. Was? Scheiß Fjord. Ich hasse Fjord. Warum hat er dich angeschossen? Er hat mich erschossen. Ich weiß auch nicht, was von wo. Was nenn ich jetzt mal Pech gehabt? Doch. Ich habe mich auf filter, nach dem Haus. Ich höre hier ein stationäres MG knattern. Das bin ich noch nicht. Lege dich hin. Ach, das ist unfair 2 gegen 1. Das ist gar nicht. Ach, gar nicht. Hat er sich gar wieder gekillt? Nein, aber er zieht mich schon wieder die ganze Zeit auf mich. Ah, jetzt bringt es mir nix, wenn du versuchst C einzunehmen, ne? Aber dafür nimmst du D, dafür nimmst du D. Ich nehme gerade C ein, du Trottel. Okay, jetzt nicht mehr. Ah, du kleine Sackkratze, wirft durch den 5 Stabgranaten über den Brunnen. Ah, hinterm Boden sitzt man also. Na, man sollte neben den. Ich dachte, du sitzt im Brunnen. Hättest du mir nicht denken können, dass du da so sitzen und so bing, wirfst so über den Rand, äh, und lauf so, ah, der hockt da doch. Ah, dein scheiß Typ beschießt mich, ich kann hier wieder nicht 5 Meter laufen. Tja, hast auch verdient. Kannst du mir nicht sagen, wo er ist? Nein, verraten kann ich die Mitglieder. Aber ich hör dich, rufen Feindbeschuss. Mann, das ist ja, das ist dein. Scheiße, scheiße, scheiße. Tötet mich nicht, tötet mich nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, lad nach. Hat er dich erwischt? Nein, er beschießt mich aber die ganze Zeit. Was denn? Ich hab Angst, ich möchte nicht in die Frater alle hier springen. Oh. 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 Mist, mach das drin, nimmer composer hai wel ещеälle. War ja klar, mein Gott. Ja, ich wusste ja, wo du liest. Ich zielte. Was ist das, du gehst hoch, bring. Hä? Und hätte ich Überول错terny. Orgente Rabiveier. Hat er dich erwischt? Nein, wenn würde ich dir dann die B einnehmen. 8 ich hab gerade aber C eingenommen nein hast du nicht, ich hab B eingenommen, deswegen kannst du nicht mehr C eingenommen Wer hat mich da angeschossen? ich hab dich von 4 Uhr erschossen H. Noob H. Noob, ich hab dich grad beschossen und wohne von diesem eiskalten Schafschitz der in den der geschossen Weiß doch nicht mal wo er ist Sondern nur neis, dass du keinen eiskalten Schafschitz in deinem Team hast Ja, der ist wohl wieder rausgegangen, der war für 2 Minuten drin Ja Ha, ich hab noch n Homie ins Match gekriegt wie egal Du? Ja Ja Ne, das ist jetzt Ist bei mir im Team Er ist aber wieder rausgegangen Ah scheiße Was ist das? Traurig um ihn Halt den Mund Ich muss sie alleine gegen 2 spielen Ich glaub ich weiß wo er ist Und wo meinst du wo er ist? Boah ich hab dich gehört ich hörte grad so ein AAAAAAAA als du verreckt bist wo warst du denn hinter einem kleinen vierten Häuschen jetzt weiß ich wo er ist du Hund den erschieß ich jetzt erst mal direkt Lass doch mein kleiner Homeboy in Ruhe mein kleiner Kollege ich bin jetzt ich bin jetzt bei diesem netten kleinen Monument hier aber ich finde dich irgendwie nicht woher jokst du denn schon wieder ja weil ich den B verteidige warte mal hin jetzt gehe ich mir in die Karte zurate und jetzt zum Angriff nach A übergehen mein Typ bricht gleich einen Herzinfarkt der bricht gleich zusammen und du bist doch luchträcht du bist doch luchträcht du bist doch luchträcht